Wir haben einen Anrufer mit Infos zu den Chemieangriffen. Er will nur mit Ihnen sprechen. Identifizieren Sie sich. Mac, hier ist John. Wir mussten diese Woche viele Namen an den Kirchtum schreiben. Es war Makarov. Der Bastard ist mir in Sierra Leone durch die Lappen gegangen. Was weiß der MI6? Du stehst auf allen Abschusslisten schon. Ich kriege dich da auf keinen Fall runter. Das will ich nicht hören. Du schuldest mir noch was wegen Pripyat. Denk daran. Ruhig, Blut. Okay, wir haben den Frachter zu einer Einheit in Buzazo, Somalia, verfolgt. Gehört einem schmierigen Kerl namens Varabe. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Wie sind die geschützt? Alles zweite Garde. Lokale Schützen bewachen die Anlage. Wir fallen auf wie bunte Hunde. Still und leise läuft er nicht. Dann treten wir eben die Vordertür ein. Nikolai soll seine Leute bereit machen. Beeiligt, da können wir Varabe schlappen, bevor er abhaut. Der Sandsturm kommt schnell näher. Wir haben noch einen Versuch. Bravo Team, gehen Sie durchs Tor vor. Nikolai, heizen Sie hinein. Geh dir los. Ziele voraus. Angriff, Angriff. Schausch, schau dich. Die Abenteuerung ist am Ende der Straße los! Sie nehmen uns die Förder aus Kauen! Nikolai, wir brauchen Luftunterstützung! Gehe jetzt in Position! Juri, du hast die Kontrolle! Tag sie hoch! Ich hätte mich fast erwischt! Minus, zwei absetzen! Gut gemacht, sehr gut zu lassen! Gut geschossen, Juri! Nur weiter so! Hoffentlich hält die Glücksschläge! Abschluss bestätigt! Gut gemacht! Ziele zerstört! Gut gemacht, Juri! Mach den Käft für den nächsten Durchgang! Lass dich nicht festnagern! Warabe ist gleich dahinten! Gehe jetzt! Gehe jetzt! Gehe jetzt! Gehe jetzt! gars! Kranck! Glöh' in Staچ! Wir werden überall in Taschen ziehen! Aber lecker über den Gang an guilty! Wir haben mich noch mit den Neighbheiten! Wirkungsfeuer, damit wir auf der Straße vorrücken können! Nein, Nein! Du! Wer ist in der Straße? Heilige Scheiße! Die MG ist zerfenzenlos! Junge, weiter diese Nestern mit dem Fernlenkgeschütz raus! Das war knapp. Sieh nach oben. Weiter so. Immer weiter Feuer. Mehr Fahrer. Schuss. Gut beschossen, Juri. Nur weiter so. Ich fliege zurück für noch eine Runde. Bravo, Team. Perimeter sichern. Juri, Soap, finden wir die Ratte. ECO-Team, wir dringen in das Zielgebäude ein. Ring sicher. Nikolai, Evakuierung vorbereiten. ECO-Team ist bereit. Auf die Ecke nachden. Kontakt vorne. Mehrliche Sichtkontakt mit der Leibel. Erster Stock, willkommen. Verstanden. Wahr habe möglicherweise im ersten Stock. Bravo, Heiz. In Position gehen. Flankieren. Mehrere Feinde betreten den Raum im ersten Stock. Arabes Büro ist in der Form. Den ist Schuss ab. Geh ihn ab. Fährst du. Skypflash. Der ist nicht mehr. Ein Anker fällt vor. Das ist die Tür zu seinem Büro. Also gut, vorsichtig. Wir brauchen ihn lieben. Wir brauchen alle ECO. Wir brauchen ihn lieben. Gasmasken auf. Wiedererkannt. Nein, nein. Bitte. Wo ist Makarov? Sag's dir, dann kriegst du sie. Guter Kontakt war in meiner mit Wolk. Wir haben Makarov nie getroffen. Wo ist dieser Wolk? Ja, Paris. Er hat die Lieferung in Paris beaufsichtigt. Also gut. Lass dir es für die Jungs in Air Force. Nikolai, der Rabe hat ausgepackt. Wir haben, was wir brauchen. Fast geschafft. Die Landezone sieht gut aus, aber der Sandsturm kommt schnell leer. Wir sehen Sie. Treffen in 20 Sekunden. Dieser Sturm ist gewaltig. Wir haben es nicht verloren. Klubs, Mauer, hat die Wahrheit überwollt gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Ich vermöre uns. Schraubfüste! Hinterhalten! Nikolai, verschwinden Sie von da! Die Deckung! Kontaktrecht! Kontaktrecht! Weg von ihr! Kompetenz! Nikolai, klare ihn rum! In Richtung zweite Landezone! Die Sandsturm kommt schnell leer. Wenn er hier ist, kann ich nicht lachen. Seien Sie da! Erlauben! Wir müssen die zweite Landezone erreichen, bevor der Sturm kommt. Gehen wir! Wir haben so gut! Wir haben ihn in 10 Sekunden! Ich bin 10 Minuten! We chill! Wir sind damit! Kelle! Der Kreis, der filtert immer stärker! Einen Moment, Nikolai! Wir sind auf dem Weg! Kontakt vorne! Bordig! Wir sind auf dem Weg! Noch mehr auf dem Dach! Weiter furcht uns! Wir sind auf dem Weg! Der Kulverdorn bedeutet dasselbegge große Lecker! Wir sind auf dem Weg! 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 Die Landezone ist nicht mehr weit! Nikolai, die Landezone ist in Sicht! Überhaut! Ich weiß nicht, wie er nicht in dem Sturm fliegen kann! Warte! 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 月geam climate zure Warte! 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 Nikolai, wir sind bei der Landezone. Wo sind sie? Fast geschafft! Hier ist es zu heiß! Ich kann nicht halten! Die Schäuze soll durchziehen! Sie ziehen immer besser! Ich hätte mich fast erwisst! Ja, Fett! Ja, Fett! Los! Die Side-Eye! Nikolai! Hören Sie mich! Was zum Teufel sollen wir jetzt machen? Echo-Team! Nikolais Vogel ist unten und der Sandsturm über uns! Wir brauchen Notfall-Evakuierung! Verstanden! Wir melden uns, wenn wir mehr wegen Nikolai wissen! Los, Leute! Wir müssen Nikolai vor Varabes-Männern erreichen! Fahrzeug kommt! Und verbleiben uns weiter! Los, Leute! Ich sehe die Hand vor Augen! Wir haben... Los! Aus Schatz! Gesichert! Wir müssen los! Echo-Team, wie ist der Status? Wir haben Nikolais Hubschrauber gefunden, er ist einen halben Kilometer weiter südlich. Käpt'n Price, wir sind bei Nikolais, stehen aber unter schweren Beschuss. Durchhalte, wir sind Wasser! Wir wollen wohl zu Nikolais! Erledige sie! Wir wollen, pH 1. Geht,졌! Wir wollen, pH 1. Das Nikolais Heli! Das ECO-Team ist festgelagelt. Los, los! ECO-Team, nähern uns eurer Position aus Richtung Süden. Verstanden. Schönen euch zu sehen, Freunde. Wir haben zwei Tatscheuge 50 Meter weiter nach rechts. Okay. Juri, start hier Nikolais. Alle Handeln, Sperrfeuer und Rücksung. Herab, Juri. Hol Nikolais. Sie kommen näher. Schlafft ihr, Nikolais, die Zeit weg. ECO-2, wir haben Nikolais. Wir sind unterwegs zum Evakuierungspunkt. Ausrücken. ECO-2, sehen uns im Evakuierungspunkt. Aufrücken. Komm schon, Juri. Los jetzt! Sie sind direkt hinter dem Kamm. Juri. Wenn Wolke Paris ist, wie kommen wir mitten in einem Krieg dahin? Wir nicht, aber ich weiß wer schon.